Hi meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Amazon Haul. Ich habe fleißig geshoppt. Es sind wirklich ganz verschiedene Produkte dabei. Die Produkte werden wir heute live testen. Ich bin echt gespannt, wie die Produkte so sind, ob ich gute Sachen gekauft habe oder ob auch Schrott dabei ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt dran bleibt und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich starte mit einem Produkt, was eigentlich für Katzen gedacht ist, aber meine Mutter hat es bei sich zu Hause. Sie hat Katzen und wir waren mit Tinkerbell zu Besuch und Tinkerbell liebt dieses Spielzeug abgöttlich. Und zwar spreche ich von dieser Dreamy Snack Maus. Hier könnt ihr Leckerlis einfüllen und die Hunde und Katzen müssen dann eben versuchen, die Leckerlis rauszuholen. Tinkerbell hat so ähnliche Spielzeuge, aber die sind alle wirklich sehr groß. Hier sind jetzt auch schon Leckerlis dabei, allerdings für Katzen, obwohl Tinkerbell die trotzdem fressen würde. Ich werde das Ganze jetzt mal für euch öffnen, dass ihr euch mal ein Bild davon machen könnt, wie groß die Maus ist. Oder besser gesagt, wie klein. Zum einen sind hier Leckerlis dabei. Wie gesagt, das sind Käseleckerlis. Und jetzt werde ich die Maus rausholen. Die steckt hier nochmal in so einer Plastikverpackung drin. So sieht die Snack Maus jetzt aus. Wie ihr seht, ist sie wirklich recht klein. Die kann man hier einfach, glaube ich, aufschrauben. Ich muss gerade mal selbst schauen. Ah, okay. Also man kann den Kopf von der Maus hier oben abmachen. Und anscheinend so dann die Leckerlis hier einfüllen. Ich habe ihr gesagt, wir werden alles live zusammen testen und ich werde euch dann gleich einen Clip einblenden. Und dann könnt ihr schauen, wie Tinkerbell damit spielt, wie groß die Maus ist. Das sieht man dann ja nochmal ein bisschen besser. Ich bin mir sicher, euren Hunden und Katzen wird es genauso gut gefallen. Preise werde ich euch natürlich einblenden. Und ihr findet alle Produkte, die ich gekauft habe, in der Infobox, damit ihr die nicht lang suchen müsst. Dann habe ich hier jetzt die Snack Maus. So sieht die aus, dass ihr die nochmal von nahem sehen könnt. Und hier fallen dann jeweils die Leckerlis raus. Ja, fein! Das nächste Produkt werden einige von euch kennen oder schon mal gesehen haben. Ich habe es auch schon so oft gesehen, aber irgendwie, ja, doch nie gekauft und nie so wirklich danach gesucht. Aber es hat mir immer super gefallen. Und zwar spreche ich von so einer Meerjungfrauen-Decke. Die hat unten so eine Flosse dran. Und die verläuft halt wirklich wie so eine Flosse, also so ganz schmal geschnitten. Und damit kann man sich super zudecken. Und das sieht dann halt aus, als hätte man so eine Flosse. Finde ich ganz cool, ist mal was anderes. Ab hier ist die Decke offen. Also da kann man sich wirklich richtig gut reinkuscheln. Und die Decke geht auch wirklich bis hier hoch. Also ihr könnt euch sehr weit zudecken, was ich super finde. Die Qualität macht einen guten Eindruck. Ich habe die Decke auch direkt gewaschen, wo sie kam, weil sie leicht chemisch gerochen hat. Also das hat mir nicht so gefallen. Und bei mir ist es so, ich wasche eigentlich immer alle Sachen vorher, bevor ich die benutze. Also nach einmal waschen ist der Geruch dann weg. Und es ist so ein grober Strick. Die gibt es auch noch in anderen Farben, aber ich wollte unbedingt grau haben. So sieht übrigens die Decke aus. Also ihr könnt euch da echt total einmummeln. Und die sieht irgendwie total stylisch aus. Es ist mal was ganz anderes. Die Decke geht auch so hoch. Man kann die sich wirklich einmal drum schmeißen und ist komplett zugedeckt. Das nächste Produkt ist ein Deko-Objekt oder besser gesagt eine Aufbewahrungsmöglichkeit. Und zwar spreche ich hier von. Das ist ein Papieraufbewahrungssack. Den kann man auch als Mülleimer benutzen, als Wäschekorb oder einfach so zur Aufbewahrung, wie ich das jetzt habe. Für Decken und Tinkerbell-Spielzeuge zum Beispiel. Obwohl es nur aus Papier ist, macht es wirklich was her. Es ist irgendwie so ein Hingucker. Es ist was Besonderes. Man kennt es nicht und deshalb schaut es jeder an. Und keiner weiß, was es ist. Der Papiersack von mir ist noch recht gut in Form. Der hat noch nicht viele Knicke. Aber wie gesagt, es macht wirklich gar nichts. Je mehr Knicke, der bekommt, desto schöner sieht er aus. Also das kann man nicht bei vielen Produkten sagen. So sieht der Papiersack aus. Und ich finde, das ist echt ein stylisches Deko-Objekt. Ihr könnt ihn wirklich für alles benutzen. Zur Aufbewahrung, als Wäschesack, als Papierkorb. Also sehr vielseitig. Und das Papier ist auch wirklich sehr dick. Das hält einiges aus. Und so sieht er ja von der einen Seite aus. Da steht das Ganze dann auf Französisch drauf. Wenn man den Papiersack umdreht, steht das Ganze dann nochmal in Englisch drauf. Vor kurzem habe ich mir die Apple Watch gekauft. Und zwar diese hier. Das ist die kleine 38 mm in Rosé-Gold. Ich wünsche mir die Apple Watch wirklich schon so lange. Und endlich habe ich sie mir gekauft. Ich bin irgendwie immer daran vorbeigetigert. Und habe mir gedacht, Mensch, die ist so teuer. Aber irgendwie gefällt sie mir. Und die macht halt auch echt was her. Das Tolle ist, ihr könnt wirklich die Ziffernblätter immer verändern. Heute habe ich Mini-Maus. Die kann sogar sprechen. Es ist 17.08 Uhr. Total cool gemacht. Und die Armbänder kann man immer auswechseln. Also das ist wirklich eine tolle Uhr, weil sie einfach so wandelbar ist. Ihr könnt sie wirklich an jedes Outfit anpassen. An jede Bedingung. Ihr könnt damit auch schwimmen gehen. Die ist wasserdicht. Und ich hatte mir die Apple Watch Sport gekauft. Die kommt mit so einem Armband. Ist natürlich super dafür, wenn man die zum Sport anziehen möchte, weil das aus so einem Material ist, wo super gut Feuchtigkeit abweist. Wenn man die Uhr aber etwas eleganter tragen möchte, zum Beispiel, finde ich solche Lederarmbänder sehr, sehr schön. Ich habe jetzt so ein Wickelarmband. Die finde ich wirklich toll. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Armbänder für die Apple Watch. Mir hat das Lederarmband so gut gefallen, dass ich es auch nochmal bestellt habe in einer anderen Farbe. Und viele sagen, das wäre ein Dupe zu dem MS-Armband. Also Apple hat da auch irgendwie MS-Armbänder und die sind schweineteuer. Und das hier soll genauso aussehen oder so ähnlich aussehen. Und das bekommt ihr wirklich für 20 Euro. Die Wickelarmbänder sehen so aus. Ihr habt einmal eine ganz lange Seite und hier eine ganz kurze Seite, damit ihr das halt einmal so wickeln könnt. Das Lederarmband trage ich jetzt wirklich schon zwei Wochen. Es sieht aus wie am Anfang. Es ist nichts zerkratzt oder sonstiges. Es ist auch nicht ausgeleiert. Und das finde ich so super. Und wie gesagt, das hat sie jetzt glaube ich 14 Euro gekostet. Da kann man nichts sagen. Ich werde euch natürlich die Apple Watch auch mal verlinken, falls ihr da Interesse daran habt. Jetzt habe ich noch ein Hundeprodukt. Und zwar konnte ich es einfach nicht... Lassen, jetzt ist der Papiersack umgefallen. Ich konnte es einfach nicht lassen. Und zwar musste ich Tinkerbell diesen... Ja, was ist das? Das ist schon kein Pulli mehr. Weil es geht über die Füße, so ein Hoodie oder so. Ich musste ihr den unbedingt kaufen. Eigentlich soll das ein Halloween-Kostüm sein. Man kann es natürlich auch so anziehen. Der Stoff ist sehr angenehm. Ich habe jetzt die Größe XXS genommen, da Tinkerbell wirklich ein Winzling ist. Ich frage mich nur eins, für was das hier sein soll. Das verstehe ich nicht so ganz. Ich habe Tinky den Pullover angezogen. Sieht wirklich total witzig aus. Und normalerweise soll es dann so getragen werden, dass es eben aussieht. Als wäre es dieses kleine Monster. Ich habe jetzt die hinteren Beine nicht reingemacht. Ich finde es irgendwie ein bisschen blöd, dass hier hinten noch diese Beine dran sind. Könnte man auch abschneiden, dann wäre das einfacher für den Hund. Ich bin auf ein ganz verrücktes Produkt gestoßen. Ich habe es wirklich noch nie gesehen. Und zwar auf Lippenmasken. Kennt einer von euch sowas? Also mir ist es nicht bekannt. Noch nie gesehen, noch nie ausprobiert. Leider ist alles in Chinesisch. Und das kann ich natürlich nicht lesen. Ich weiß gar nicht, ob in Amazon jetzt viel dazu stand. Da stand einfach halt nur, dass es Lippenmasken sind. Von den Bewertungen her war es sehr gut. Viele haben gemeint, die haben sehr trockene Lippen gehabt. Und danach waren die Lippen sehr geschmeidig und haben viel Feuchtigkeit gehabt. Ah, das fühlt sich an wie so ein Schleim oder so. Kennt ihr diese schleimigen Spielzeuge? Und riechen tut es wirklich genauso. Ganz, ganz komisch. Die ist so schleimig, wisst ihr? So vom Material her total eklig irgendwie. Ich habe die Maske jetzt mal 10 Minuten auf den Lippen gelassen. Und ich finde, man spürt, dass irgendwie die Haut mehr Feuchtigkeit hat. Also das ist irgendwie so schön kühlend einerseits. Und es spendet Feuchtigkeit. Ich denke natürlich, ohne Make-up und ohne Lippenstift würde das Ganze nochmal eine andere Wirkung haben. Das werde ich auch nochmal ausprobieren, aber nicht heute. Das war mein kleiner Live-Test. Viel kann ich leider nicht dazu sagen. Ich denke, dafür müsste man es wirklich ein paar Mal ausprobieren. Das nächste Produkt kommt für alle in Frage, die gerne Bilder machen mit dem Handy, Selfies oder einfach ein gutes Licht am Handy haben möchten. Und zwar spreche ich von dieser Fotoringleuchte hier. Die hat drei Stufen. Das wäre die erste, die zweite und die dritte. Und wie ihr seht, leuchtet das wirklich sehr gut aus. Das Licht ist auch sehr hell. Da sind solche LEDs drin. Und ihr wisst ja, wie hell die LEDs sind. Das ist auch ein kaltes Licht. Also das ist kein warmes Licht, was natürlich optimal ist, um Fotos zu machen. Das Ganze wird so ans Handy geklippt. Es sitzt recht fest. Aber so ein bisschen Spiel hat es doch. Also so ein bisschen rappeln tut es doch. Hinten kommen einfach zwei ganz normale Batterien rein. Aber die schmalen, nicht die dicken. Die Ringleuchte hat eine super gute Bewertung. Die kommt auch noch mit so einem Säckchen. Das heißt, ihr könnt die sicher verpacken, dass sie euch nicht zerkratzt oder kaputt geht. Ich persönlich mache wirklich sehr gerne Bilder. Deshalb habe ich sie mir gekauft. Und es funktioniert wirklich. Ihr habt ja gesehen, wie hell das leuchtet, wenn es auf der höchsten Stufe ist. Und so wird natürlich das Gesicht um einiges besser ausgeleuchtet, als wenn man das nicht benutzt. Ihr seht jetzt, wie dunkel es hier ohne Licht ist. Und mein Handy zeigt mir das so an. Und mit Aufsatz wäre das Ganze dann schon so. Ich mache mal ein Bild. Das werde ich euch dann auch einblenden. Seit Weihnachten besitze ich endlich eine elektrische Zahnbürste. Ich hatte früher als Kind mal eine und seitdem habe ich nur normale benutzt. Mit den elektrischen Zahnbürsten kommt man einfach viel besser an Stellen, die man mit der normalen nicht erreicht. Leider war nur ein Sensitivaufsatz dabei. Die sehen so aus. Und bei mir ist es so, ich habe sehr empfindliches Zahnfleisch. Sobald die Zahnbürste etwas zu hart ist, zieht sich mein Zahnfleisch zurück. Die Sensitivaufsätze sind wirklich der Hammer. Die sind so weich, man spürt es kaum. Aber die Zahnreinigung ist genauso gut, wie mit den festen Borsten. Ich habe hier gleich ein Viererpack bestellt. Man soll circa alle drei Monate den Zahnbürstenkopf wechseln. Und somit haben wir jetzt welche auf Vorrat. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Und zwar haben wir uns eine riesige XXL 2 auf 2 Meter Bettdecke bestellt. Also die ist wirklich ein Traum. Wir haben die jetzt schon seit einer Woche drauf. Und man schläft so gut darin. Vorher hatten wir eine Ballonbettdecke. Das ist so eine Decke, die ist richtig flüschig, ganz weich. Und die ist voller Federn. Und da gibt es keine Abtrennung. Das heißt, ihr könnt die Federn wirklich hin und her schütteln, wo ihr möchtet. Die war aber sehr, sehr heiß. Und bei mir ist es so, ich schwitze nachts irgendwie total. Man hat wirklich so stark geschwitzt, dass man klatschnass aufgewacht ist. Und das geht wirklich gar nicht. Und mit dieser Decke hier schläft man wirklich, ja, wie ein Engel. Man fängt nicht an zu schwitzen. Die ist halt wirklich sehr dünn. Das ist eine Sommerbettdecke. Ich finde, man friert aber auch nicht. Also die ist wirklich perfekt. Meine Lieben, das war mein Amazon Haul für euch. Ich hoffe natürlich, die Produkte haben euch gefallen. Mein Highlight war das Armband für die Apple Watch. Das gefällt mir so gut. Und die kleine Snack-Maus für Tinkerbell war auch ein Highlight für mich. Denn ich liebe es zu sehen, wenn mein Hund Spaß hat. Und Tinkerbell hat einen Heidenspaß mit dieser Maus. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welches Produkt euch am besten gefallen hat. Falls ihr etwas davon nachshoppen möchtet, findet ihr natürlich alles in der Infobox. Ich freue mich auf euer Feedback. Habt ein wunderschönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.